Bei dieser Film ist ein Geschenk betreten wir als Zuseher das Atelier des international viel beachteten Künstlers Daniel Spurry, sehen ihm bei der Arbeit seiner künstlerischen Assemblagen zu und hören ihm zu über sein Leben erzählen, aber auch über seinen künstlerischen Werdegang. Dennoch ist der Film von Anja Salomonowicz keine einfache Künstlerbiografie, sondern vielmehr ein tröstlicher Dialog über das Wiederaufleben, das Wiederleben von Gegenständen, von Menschen und von Erinnerung.